Einen großen Karrieresprung gemacht. Ich bin sehr dankbar darüber. Ich sage immer sehr ungern, ich rede immer sehr ungern darüber, was man erreicht hat und so, weil ich freue mich einfach darüber und bin dankbar über alles, was ich miterleben kann. Roter Teppich und so, das sind alles tolle Erlebnisse und ich halte es in Ehren auf jeden Fall. Wie fühlt sich das an? Sie kamen ja eigentlich von ganz woanders her und plötzlich ist der rote Teppich, die Publicity, die Öffentlichkeit, ihr neues Zuhause. Wie fühlt sich das an, dieser plötzliche Sprung? Es ist alles sehr ungewohnt. Die ganzen Leute, die auch hier im Hintergrund stehen, ich kenne sie alle nur aus dem Fernsehen und ich habe mir immer gewünscht, irgendwann mal auf dem roten Teppich zu stehen. Und jetzt ist das irgendwie alles so. Ich weiß nicht, das ist so von null auf hundert gekommen. Und wie gesagt, ich bin dankbar und danke auch dem Herrn da oben dafür, dass er mir das ermöglicht hat. Und von daher, also ich bin einfach happy und stolz darüber. Vielen Dank.